Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den neuen Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.750 US-Dollar. Es ist ein bisschen bergab gegangen. Wir haben aber gestern darüber geredet, dass dies eben der Fall sein kann aufgrund des erhöhten RSI-Werts, aufgrund des mangelnden Volumens. Plus Montag ist ja sowieso immer so ein Tag, wo wir meistens immer so einen Falls-Move bekommen, wobei der jetzt gestern nicht wirklich dramatisch war. Wir sind auf maximal 20.400 US-Dollar runtergefallen. Nichts wirklich Dramatisches. Wir sind in der Support-Zone. Trotzdem ist weiterhin eher das Risiko, dass wir nochmal einen deutlichen Schub nach unten machen. Wieso, weshalb, warum? Schauen wir uns im heutigen Video an. Ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt. Und noch kleiner Reminder. Diese Altcoins kaufe ich jetzt. Das Video geht absolut ab. Ich habe mittlerweile schon über 860 Aufrufe hier auf dem Video. Also schaut es euch gerne an. Es kam richtig gut an. Ich werde es jetzt auf jeden Fall einmal im Monat wahrscheinlich machen. Einfach, um euch so ein kleines Update zu geben. Freut mich auf jeden Fall, dass es so gut ankommt. Und wenn ihr es noch nicht angesehen habt, schaut gerne vorbei. Gut, soviel dazu. Zurück zum Chart. Wie gesagt, momentan bei knapp 20.750 US-Dollar. Kleiner Abverkauf gestern. Wir ziehen uns nochmal ganz kurz das Fibonacci Retracement Level, um einfach zu gucken, ob hier irgendein relevantes Level angetestet wurde. Bisher nicht. Wir sind es unter. 0,2,3,6er sind wir gefallen. Ansonsten müssen wir mal ganz kurz gucken. Oh, die EMA Ribbons sind schon wieder rausgefallen. Das will ich aber gar nicht. Auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall unter den EMA Ribbons. Habe ich schon nachgeschaut. Zumindest auf dem Handy sind wir unter den EMA Ribbons auf den 1 Stunden und 4 Stunden. Also erstmal kein gutes Zeichen. Trend ist gebrochen. Volumen, wirklich Abverkaufsvolumen kam hier aber auch nicht rein. Der RSI weiterhin knapp im 50er Bereich. Das heißt für mich eher, dass wir doch nochmal eine Etappe tiefer gehen könnten. Ich bin weiterhin eher so als Primärziel zwischen 19.700 US-Dollar bis ungefähr 19.000 US-Dollar. Das sind die Zonen, die ich eigentlich momentan eher im Blick behalte. Weil wir können uns auch mal hier die Pivots angucken. Auf dem Weekly zumindest momentan liegt dann auch hier bei 19.700 US-Dollar. Der Weekly S1 passt dann ganz gut mit dem 0,5er. Golden Pocket darunter. Ein Stop-Loss sollte man auf jeden Fall unter das 0,786er legen. Wäre auf jeden Fall eine ordentliche Korrektur, um den RSI abzukühlen. Um dann auch hier unten möglicherweise wirklich neues Kaufinteresse reinzubekommen. Um dann wirklich die Trendwende hinzulegen. Doppelter Boden, haben wir ja gestern schon darüber gesprochen, dass einfach auch hier die Möglichkeit besteht. Plus, um jetzt nochmal auf den 4-Stunden-Chart zu kommen, seht ihr hier drüben diesen Bereich hier. Naja, das wollte ich jetzt nicht. So, nochmal kurz einzeichnen. So, diesen Bereich hier, wo wir einfach dieses Void haben. Und dieses passt perfekt mit dem Monats-S2 überein. Heißt, wir könnten auf jeden Fall diese Ineffizienz noch rausnehmen. Also dieses Void. Hier ein bisschen Liquidität reinbringen bis zum Weekly S2. Bei 18.500 US-Dollar, 0,786er, von hier aus dann eine neue Welle nach oben hin starten. Und dann wirklich mal in den Bereich der 23.000 US-Dollar wirklich vorsteigen. Das wäre jetzt so das Primärziel, wo ich momentan habe. Wir müssen jetzt mal schauen, was heute im Laufe des Tages ist. Heute auf jeden Fall noch EZB-Sitzung. Anscheinend habe ich so am Rande zumindest mitbekommen. Mal schauen, was da noch kommt. Könnte natürlich wirklich für ein bisschen Downside wieder sorgen. Je nachdem, dass wir unser erstes Fake-Out wirklich nach unten kriegen. Der erste Move ist ja meistens der falsche. Zumindest kennen wir das bei der FED immer so. Also erster Move meistens nach unten, bevor wir dann wirklich innerhalb Minuten dann nach oben ballern. Könnte ich mir hier auch sehr gut vorstellen. Erster Move nach unten. 18.500 US-Dollar, Maximum Tiefpunkt momentan. Eher so das Golden Pocket. Und dann hier wirklich die Trendwende. Wir hätten einen schönen doppelten Boden auf 4-Stunden-Basis. Wir können uns auch mal hier ganz kurz auf dem Daily angucken, wie das aussieht. Auch hier wäre das ein schöner doppelter Boden, wenn wir unsere Daily Candle, sag ich mal, hier in diesem Bereich so schließen um das Golden Pocket. Um dann nach oben hin auszubrechen. Und dann 24.000, 25.000 US-Dollar wäre dann das primäre Ziel, was ich mir auf jeden Fall im Laufe der Woche sogar noch vorstellen kann. Je nachdem, ob es jetzt schnell abwärts geht oder ob wir jetzt doch noch so ein Fake-Move nach oben hinkriegen und dann erst die Welle nach unten. Aber momentan, das Downside-Risiko ist einfach höher. Wir haben gestern schon ausführlich darüber gesprochen. Es spricht momentan nichts dafür, dass wir jetzt ordentlich nach oben hin pumpen. Und dieser Pump dann auch wirklich nachhaltig ist aufgrund des Volumens, aufgrund des RSI. Es möchte einfach einen tieferen RSI, vor allem in den kleineren Timeframes sehen, um hier dann eine Trendwende nach oben hin zu schaffen. Gut, dann Ethereum. Auch hier haben wir ja gestern darüber gesprochen, dass wir hier uns eher ein bisschen nach unten orientieren. Aber seit gestern wenig passiert, eher seitwärts Monats-Pivot haben wir hier erstmal getestet. Auch hier Fibonacci-Retracement-Level gezogen. Worst-Case momentan passt auch sehr gut mit diesem Void hier, was wir gestern schon eingezeichnet haben, bei ungefähr 960 US-Dollar. Ansonsten Golden Pocket bei um die 1020 US-Dollar. Keine Konfluenz mit den Pivot-Punkten, aber gut, das ist jetzt erstmal ein bisschen nebensächlich. Aber auch hier bin ich weiterhin eher davon überzeugt, dass wir zumindest mal das Golden Pocket anlaufen. Wäre dann zwar auch ein Head & Shoulders, aber ihr wisst, wenn jeder dieses Head & Shoulders sieht, vor allem weil wir keinen richtigen Abtrend hatten, denke ich eher mal, dass wir hier runter gehen und dann wirklich so einen kleinen Fake-Move machen. Nochmal diese linke Schulter. Ich sage mal, heute Trading View funktioniert wieder super. Diese rechte Schulter bilden und dann Fake-Move und dann nach oben gehen. Das kann ich mir jetzt momentan so am besten ein bisschen vorstellen. Wir können mal ganz kurz einen Blick auf die Bitcoin-Dominance werfen, aber hier gerne auf dem Daily-Chart, ob wir hier irgendwas Spektakuläres sehen. Wir können mal ganz kurz den Trend einzeichnen, weil der ist klar ersichtlich. Da haben wir auf jeden Fall noch Luft. Würde natürlich auch perfekt, wenn wir uns jetzt mal hier diesen Punkt angucken. Die 42,42% passt hier. Wir hätten das Void geschlossen. Wir hätten den Abtrend getestet. Würde heißen, Altcoins haben noch ein bisschen Puffer, sage ich mal, nach oben zu steigen oder noch ein bisschen zu konsolidieren. Der nächste Move würde dann wahrscheinlich bedeuten, okay, Bitcoin, wir bouncen hier, kriegen dann vielleicht unsere Korrektur oder unseren nächsten Up-Move und versuchen dann auch ein Higher-High zu bilden, nachdem wir dann wirklich ein Higher-Low gebildet haben. Also Bitcoin-Dominance gefällt mir eigentlich relativ gut. Klar, RSI, bitte nicht danach richten. Aber es sieht hier wirklich gut aus, dass wir hier jetzt demnächst wieder so einen kleinen Bounce zumindest in der Bitcoin-Dominance sehen könnten. Gut, dann habe ich schon seit Tagen oder ich glaube einer Woche versprochen, dass ich eine Algo-Analyse mache. Tut mir echt leid. Und ich habe es immer wieder vercheckt oder immer wieder vergessen. Jetzt aber dafür ein bisschen ausführlicher. Fangen wir an mit den Altcoins und zwar mit Algo. Auch hier Fibonacci Retracement Level. Man sieht hier schön auf dem 4-Stunden-Chart 200er SMA. Ihr kennt es, perfekter Indikator, um Short zu gehen, wenn der RSI relativ weit oben ist. Und hier hatten wir den RSI bei 60. Perfektes Zeitpunkt, um zu shorten. Ja, Reaktion am 200er SMA gesehen. Momentan auch hier das Primärziel, das Golden Pocket bei ungefähr, jetzt habe ich es ein bisschen verdeckt, 0,3054, da liegt das Golden Pocket. Auch hier wäre es schön, dass wir zumindest hier reingehen oder minimal drunter. Auf diesen S1 wäre es sogar noch besser, um dann hier einen neuen Bounce zu sehen und einen neuen Anlauf zu starten auf diesen 200er SMA. Wenn die Kurve sich dann hier langsam noch so weiter bewegt, dass wir hier drüber kommen und dann nachhaltig nochmal einen Bounce sehen auf dieser 200er SMA-Linie und dann einen Trend nach oben hin zu bilden, wäre perfekt. Wir hätten dann Higher Low gebildet, sag ich mal, wenn wir hier diesen Trend bilden. Und dann bräuchten wir einen Higher High, um diesen Trend fortzusetzen. Gut, so viel zur Algo, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen, weil es war kurz und knackig, aber das sind die wichtigsten Punkte. Golden Pocket, Monats S1, Trend und 200er SMA brechen. So, dann XRP. XRP, ich höre schon wieder Prognosen, ey, ohne Scheiß. Wir befinden uns momentan genau in diesem Void-Punkt, wo wir gestern schon drüber gesprochen haben, dass es extrem, extrem wichtig ist, diesen zu füllen. Wir können mal auch ganz kurz hier gucken. Ach, irgendwas spinnt heute, sorry Leute, aber irgendwie spinnt heute Trading Through. Einerseits dieses Golden Pocket, schauen wir uns mal an, liegt hier unten in diesem Bereich auch in perfekter Fast-Übereinstimmung mit dem S1. 0,32 US-Dollar. Jetzt nehmen wir mal dieses kleine von dieser Aufwärtsbewegung. Da können wir auch sehen, dass wir hier schon bereits das Golden Pocket angetestet haben. Danach, ganz ehrlich, würde ich nicht gehen, weil wir hier unten noch dieses Void haben, also hier ein bisschen vorsichtig sein. Man kann möglicherweise hier einen kleinen Sculpt-Long probieren, dass man sagt, okay, man geht jetzt in die Position rein, legt aber dann den Stop-Loss auf jeden Fall unter das 0,786er Fibonacci Retracement Level, aber wirklich nur kleine Positionen. Die größere Position würde ich dann wirklich erst hier am Golden Pocket eröffnen, weil wir dann auch hier nochmal eine kleine Konfluenz haben mit diesen kleinen Demand-Zonen hier, mit dieser 4 Stunden, also 4 Stunden Demand, Golden Pocket, Weekly Pivot S1, würde hier in perfekter Konfluenz stehen, wo ich sagen würde, okay, wir gehen hier runter, eröffnen hier eine Position Stop-Loss unter das 0,786er, wie man es kennt, und versuchen dann auch hier einen neuen Trend zu bilden. Ja, so viel dazu. Im Endeffekt, wie gesagt, der Markt ist relativ ruhig, es gibt wenig zu sagen. Litecoin wurde sich gestern noch gewünscht, habe ich jetzt gerade noch im Kopf, und noch ein paar andere. Wir werden jetzt so nach und nach wieder in der Woche, also wenn ihr irgendwelche Altcoin-Mitcher habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, ich gucke mir die immer an, und dann sprechen wir so im Laufe der Woche immer mal wieder über gewisse Altcoins dann. Auch hier, Litecoin, ziehen wir mal das Fib-Level, wir sehen hier, dass wir die 1, 2, 6 und 8-Zone durchbrochen haben. 4 Stunden 200 SMA haben wir nicht geschafft, aufgrund des erhöhten RSI, das war relativ klar, dass wir hier wieder eine deutliche Konfluenz kriegen. Auch hier, mal ganz kurz gucken, wie viel Prozent waren genau 4 Prozent, also auch hier passt es wieder mit unserer 4, 5 Prozent Hürde beim 200 SMA zu shorten. Aber gut, wenig Bewegung auch bei Litecoin, auch hier sieht es eher momentan meines Erachtens noch nach Korrektur aus, nachdem das Volumen jetzt deutlich abnimmt, zumindest mal in die 50er-Region, und sobald diese 50er-Region bricht, geht es deutlich tiefer, auf jeden Fall in den Bereich der 47 US-Dollar. Seht auch hier so ein kleines Void, also eine Ineffizienz, die auf jeden Fall noch gefüllt werden könnte. Also, kurz gesagt, Markt weiterhin abwärts gerichtet, momentan spricht nichts dafür, dass wir einen ordentlichen Pump geben. Sehen zumindest, EZB-Sitzung heute noch, auf jeden Fall im Auge behalten, könnte heute noch mal etwas turbulenter werden. Ansonsten, News, was ist Tokenomics und wie wichtig ist es für Altcoins? Schicke ich euch später noch in die Telekom-Gruppe, wen es interessiert, ansonsten schaut gerne bei CryptoGuru vorbei. Ich verabschiede mich für heute, wir hören uns auf jeden Fall dann morgen Nachmittag erst wieder zu einem Update-Video. Ansonsten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf Altcoins, schaut euch das Video gerne an. Vielen, vielen Dank für eure Stützung, wir hören uns morgen wieder und bis dahin, stay crypto, ciao, ciao.